Hallo, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses kurze Video anzusehen. In den nächsten paar Minuten werde ich Ihnen eine Welt des Reisens vorstellen, die Sie bisher wahrscheinlich noch nicht kannten. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie öfter reisen können, zu Preisen, die für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wie Sie mehr Spaß im Leben haben können, wahrscheinlich mehr als Sie je hatten, wie Sie unvergessliche Momente mit Ihren Liebsten erleben und ich werde Ihnen auch einen Weg zeigen, wie Sie diese Reiseerlebnisse finanzieren können. Nun, was ist es, das die Menschen davon abhält, all diese Dinge jetzt zu erleben? Genau diese Frage haben sich zwei Freunde vor einigen Jahren ebenso gestellt und die Antwort ist Geld und Know-how. Wenn wir es uns leisten könnten, unsere Träume zu verwirklichen und wenn wir wüssten, wie, dann würden wir es auch tun, oder? Die beiden steckten also ihre Köpfe zusammen und beschlossen, einen Weg zu finden, diese einmaligen Reiseerlebnisse für jedermann möglich zu machen. Aber ihre Idee war viel mehr als nur ein Reiseclub. Sie schufen eine Möglichkeit für jedermann mit jedem Budget mehr zu erleben. Sie kreierten Dreamtrips. Und wir sprechen hier nicht nur über günstigere Hotelzimmer, hier geht es um Traumreisen. Dreamtrips sind fantastische Urlaubserlebnisse, exklusiv für unsere Mitglieder und zu Preisen nur für Mitglieder. Jeder Dreamtrip ist ein sorgfältig organisierter Urlaub, bei dem Ihnen die gesamte Planung abgenommen wird und meistens ist sogar ein Dreamtrips Gastgeber vor Ort, der Ihnen persönlich zur Verfügung steht. Ihr Dreamtrip Gastgeber checkt Sie zum Beispiel bereits im Hotel ein, bevor Sie ankommen, organisiert Kennenlernpartys, bei denen Sie sich mit anderen Reisenden zusammentun können, organisiert exklusive Ausflüge, arrangiert besondere Anlässe und bietet Ihnen ein Höchstmaß an Service, der nicht zu übertreffen ist. In vielen Fällen sparen Sie mit nur einem einzigen Dreamtrip bereits mehr als die Kosten für Ihre Mitgliedschaft. Also es macht einfach Sinn. Sie haben Zugriff auf hunderte von Dreamtrips auf der ganzen Welt. Wir machen zum Beispiel Kreuzfahrten für 69 Dollar jeden Monat, vier, fünf Sterne Luxus Resource, all inclusive, unglaubliche Tourenpakete. Sie können in ganz Europa und im Mittelmeer reisen, entdecken Sie die faszinierenden Länder in Asien und im Südpazifik, machen Sie Reisen in Nord- und Südamerika, nehmen Sie Ihre Familie mit auf eine Kreuzfahrt, einen Skiurlaub oder sogar auf eine Safari in Afrika. Und wenn Sie mehr Erfüllung im Leben und einen Unterschied im Leben anderer machen wollen, wir haben Reisen mit freiwilligen humanitären Einsätzen, bei denen man Menschen in Not helfen kann und einen Beitrag leisten kann. Wir haben Spring Break Trips, wir haben Ur-Abenteuer-Urlaube. Und wenn Sie sportbegeistert sind, wir können Sie mitnehmen auf Jagdausflüge, Hochseefischen oder zu großen Sportereignissen wie zum Beispiel die British Open oder die Formel 1. Wir haben Reisen für jeden Geschmack, für jede Jahreszeit und für jeden Geldbeutel. Und was diese Dream Trips so einzigartig macht, sind all die unglaublichen Erlebnisse, die Ihnen World Ventures zusätzlich bietet, wofür Sie sonst überall einen Aufpreis bezahlen würden. Aber durch die Preise, die nur für Mitglieder gelten, sind wir in der Lage, diese exklusiven Angebote für jedes Dream Trips Erlebnis zu machen. Preise, die Sie sonst nirgendwo finden können. Und unsere Mitglieder können sich absolut sicher sein, den günstigsten Preis zu bekommen und zwar durch unser Traumpreis versprechen. Das bedeutet Folgendes. Wenn Sie einen Dream Trips buchen und Sie finden das gleiche Angebot innerhalb von sieben Tagen nach Ihrer Buchung irgendwo anders günstiger, zahlen wir die Zeche. Ja, Sie haben richtig gehört. Ihr Traumurlaub geht dann auf uns. Sie bekommen Ihr ganzes Geld zurück und Sie bekommen die Reise von World Ventures kostenlos. Das ist natürlich einer der Hauptgründe für den Erfolg unseres Unternehmens. Aber der eigentliche Grund für unseren Erfolg und warum offensichtlich jeder seine Familie und Freunde auf diese Trips mitnehmen will, sind weitaus mehr wert als nur die Ersparnisse. Es sind die Erlebnisse, die einmaligen Erlebnisse, die Sie auf diesen Trips haben werden. Wir wissen, wenn Sie auf einen Dream Trip gehen, wird dies eine der besten, wenn nicht die beste Urlaubserfahrung Ihres Lebens. Nun, das hört sich vielleicht nach einer kühnen Behauptung an, aber werfen Sie einmal einen Blick auf einige unserer Dream Trips, die wir vor kurzem gemacht haben. Hier sind wir in Cancun, wir haben ein Blast. Alles ist beendet mit uns, wir müssen uns aufhören. Es ist niemals ein doller Moment. Du kannst nicht die Wertschöpfung haben. Service ist wie keine andere. Nothin compares zu was das Trips ist. Wenn wir auf vacationen, bevor es immer so wie die Leute hatten, die größer Spaß waren. Jetzt haben wir die größer Spaß. Es ist marvellous. Ich habe eine große Jacuzzi, eine große Bedeutung, eine große Bedeutung. Massage ist auf die Bedeutung. A trip wie dieses Trips war sehr economisch für eine Familie von vier. Best beaches, beautiful, everyone's just enjoying themselves. An experience of a lifetime. We'll never forget this vacation. I'll tell you, if you're not traveling with WorldVentures, you're absolutely just doing it the wrong way. Wie Sie sehen können, diese Reisen sind der absolute Knaller. Nachdem ich selbst einige Dream Trips gemacht habe, ich war unter anderem in Nizza, Barcelona, Athen, Dubai, Las Vegas, Route 66 quer durch die USA auf der Harley von Chicago nach Los Angeles. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn alles, was diese Mitgliedschaft bieten würde, nur der Zugang zu diesen Dream Trips wäre, allein das wäre schon weit mehr wert als nur der Mitgliedsbeitrag. Und das ist noch lange nicht alles. Als Mitglied haben Sie Ihren eigenen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Concierge-Service. Das ist eine gebührenfreie Nummer, die quasi wie Google übers Telefon funktioniert. Sie erhalten dort Wegbeschreibungen, Tischreservierungen im Restaurant. Es können Online-Recherchen durchgeführt werden. Ein Weckrufservice ist möglich. Einfach alles, was Sie von einem virtuellen Assistenten erwarten können. Des Weiteren haben wir ein Discount-Programm kreiert, das Sie tagtäglich nutzen können. Wenn Sie mal einen tollen Abend erleben wollen oder wenn Sie mit der Familie einen schönen Tagesausflug machen wollen, können Sie die Vorteile unserer zahlreichen lokalen Angebote in Top-Restaurants, Hotels und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten nutzen. Wir haben ebenso Wege kreiert, die Ihnen helfen, diese Erlebnisse zu finanzieren. Und das gilt so. Wenn Sie einen Flug oder Hotel mit unserem Partnerreisebüro Rovia buchen, wird zum einen sichergestellt, dass Sie den absolut günstigsten Preis erhalten. Wenn Sie einen Flug irgendwo hin brauchen, ein Hotelzimmer oder einen Mietwagen, Sie haben Zugriff auf die preisgekrönte Buchungsplattform von Rovia, wo Sie den garantiert günstigsten Preis für Flüge und Hotels bekommen. Sollten Sie das gleiche Angebot am selben Tag irgendwo anders günstiger finden, erhalten Sie durch das Rovia-Preisversprechen 150% der Preisdifferenz in Form von Rovia-Bucks zurück. Das sind Reisedollars, die Sie dann für andere Buchungen verwenden können. Außerdem hat Rovia eine einmalige und innovative Technologie, die sich Rate Shrinker nennt. Unmittelbar nach Ihrer Buchung durchsucht Rate Shrinker das gesamte Internet, um zu sehen, ob irgendwo die Preise für Ihre Reiseroute gefallen sind. Und zwar vom Zeitpunkt Ihrer Buchung bis zum Tag Ihrer Abreise. Sollte ein günstiger Preis gefunden werden, wird automatisch auf diesen geringeren Preis umgebucht und Sie erhalten die Ersparung Cash zurück. Und über Rate Shrinker hinaus können Sie weitere Guthaben verdienen bei jedem Flug, Hotel, Mietwagen oder Kreuzfahrt, die dann auf Ihre persönliche DreamTrips Live-Webseite gebucht werden. Mit diesen Guthaben können Sie dann Ihre nächsten DreamTrips mitfinanzieren. Es gibt meines Erachtens absolut nichts Vergleichbares auf dem Markt. Es gibt Reiseclubs, denken Sie nur mal an Timesharing, da zahlen Sie für eine Mitgliedschaft irgendwo zwischen 8.000 und 80.000 Dollar und dort erhalten Sie bei weitem noch nicht das, was Ihnen WorldVentures bietet. Aber WorldVentures hat die Grenze durchbrochen und die Reiseclub-Branche buchstäblich neu erfunden, in dem sich unser Programm jeder leisten kann. Unser Programm kostet keine 10.000 Dollar, keine 5.000 Dollar, noch nicht einmal 1.000 Dollar. Ihre Mitgliedschaft bei DreamTrips Live ist gerade mal knapp 50 Dollar im Monat bei einer einmaligen Anmeldegebühr von 200. Sie können natürlich jederzeit kündigen, aber wenn es Ihnen wie den meisten unserer Mitglieder geht, die auf einen DreamTrip waren, werden Sie es für immer behalten wollen. Und zum Schluss, um dieses Angebot absolut unwiderstehlich zu machen, Ihre Loyalität wird belohnt, indem Sie für Ihre monatlichen Gebühren entsprechend Punkte erhalten, die Sie für bestimmte DreamTrips nutzen können. Wenn Sie also heute Mitglied werden, können Sie bereits morgen jeden einzelnen Dollar, den Sie bezahlt haben inklusive der Anmeldegebühr sofort nutzen, um eine Reise zu buchen. Und wenn das alles noch nicht genug ist, wenn Sie nur 4 weitere Mitglieder empfehlen, erlässt WorldVentures Ihnen Ihre monatlichen Gebühren. Das heißt, Sie zahlen ab dem Moment nichts mehr. Wir nennen dies Refer4, PayNoMore, also 4 empfehlen und nicht mehr zahlen. Wir haben Leute, die einfach nur dieses Video zeigen, entweder online oder auf DVD, und in der ersten Woche schon 4 Leute haben. Wir haben Leute, die Ihre 4 noch am selben Tag hatten. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Direktvertrieben, von denen Sie vielleicht gehört haben oder wo Sie vielleicht mal dabei waren, Sie brauchen hier niemanden von Ihrem Produkt zu überzeugen. Jeder macht bereits gern Urlaub. Und die Chance besteht, dass die meisten Leute, die Sie kennen, sogar sagen, dass Sie dringend mal Urlaub brauchen. Was ich an WorldVentures so liebe, ist die Tatsache, dass Sie hier gar nicht verlieren können. Wir garantieren Ihnen den absolut günstigsten Preis und jeder Dollar, den Sie bezahlen, verwandelt sich in Punkte, die Sie Dollar für Dollar nutzen können für den nächsten Urlaub, den Sie sowieso machen. Spätestens jetzt können Sie sich vorstellen, warum sich dieses Konzept weltweit wie ein Lauffeuer herumspricht. In etwas mehr als sieben Jahren ist WorldVentures der größte Anbieter von Urlaubsclub-Mitgliedschaften im Direktvertrieb geworden. Über 100.000 Mitglieder in 23 Ländern. Und wegen des enormen Erfolgs wird in zahlreichen Magazinen über uns berichtet und unsere Gründer waren nominiert als Finalisten bei der regionalen Wahl von Ernst & Young zum Unternehmer des Jahres. Nun, WorldVentures bietet Ihnen ebenso die Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen. Damit können Sie entweder öfter einen Dreamtrip machen oder einfach nur ein paar Rechnungen bezahlen. Werden Sie unabhängiger Repräsentant von WorldVentures und Sie müssen hier wirklich kein Verkaufsgenie sein und folgen Sie einfach dem bewährten System, das Sie jetzt gerade sehen. Nun, bevor ich WorldVentures kennenlernte, hatte ich mein eigenes Business mit bis zu 22 Angestellten. Alles lief hervorragend, bis dann die Krise kam und mein Geschäft am Boden lag. Außerdem habe ich noch in ein anderes Business investiert, bei dem ich nicht nur alles verloren habe, sondern innerhalb eines Jahres mit einer halben Million Schulden da stand. Ich war also sehr offen für Neues. Und weil ich Ja gesagt habe, zu dem, was Sie jetzt gleich sehen werden, bin ich nun in der Lage, größtenteils von zu Hause aus zu arbeiten und kann quasi vom Strand aus mehr Geld verdienen als jemals zuvor. Nun, der Grund für diesen Erfolg ist einfach. Wir haben ein Produkt, was fast jeder auf der Welt haben will, Urlaub. Werden Sie unabhängiger Repräsentant von WorldVentures für nur 11 Dollar im Monat bei einer einmaligen Anmeldegebühr von 99,95 Dollar. Und Sie erhalten Provisionen für alle Mitglieder, die Sie empfehlen, für alle Mitglieder, die diese empfehlen und so weiter. Egal wie groß Ihre Mitgliederbasis wird. Ich zeige Ihnen gleich, wie unser Geschäftssystem funktioniert. Aber damit Sie mal eine Vorstellung von der Power unseres Empfehlungsprogramms bekommen. Wenn Sie nur 6 Mitglieder in Ihren ersten 4 Wochen empfehlen, verdienen Sie mit allen Boni bereits 570 Dollar in weniger als 30 Tagen. Dafür, dass Sie einfach dieses Video mit anderen teilen. Nun, was ich am meisten an unserem Geschäftssystem so liebe, ist, dass das Programm unglaublich einfach ist. Schritt 1. Holen Sie sich Ihre Flügel. Das erreichen Sie, indem Sie 4 andere DreamTrips Live-Mitglieder empfehlen. Wenn Sie das geschafft haben, zahlen Sie selbst keine Gebühren mehr und Sie können von jetzt an wöchentlich Provisionen verdienen. Schritt 2. Holen Sie sich Ihre Räder. Nun, jetzt wird es richtig spannend. Und das ist ein Hauptgrund, warum wir glauben, dass WorldVentures innerhalb der nächsten paar Jahre zu einer bekannten Marke wird. Ihre Räder holen bedeutet, dass Sie sich für einen 600 Dollar Bonus pro Monat für den Kauf, einen oder Leasing eines silbernen BMW qualifizieren. Und wenn Sie jetzt denken, dass dieser Bonus nur für die Star-Verkäufer oder nur für ein paar Auserwählte...